das sehe ich unfassbar und der ist fast wieder leer da wirst du hier von schlosser robotern boykottiert kann ich nicht gut ich wollte gerade die bilder oder muss man die sollten zu sein ist halt kunst und verstehe ich nix das ist hinter der wand so da treffen wir doch gleich auf irgend jemanden der hier durchgelaufen ist oder obwohl der ist ja von da weggelaufen so richtig heftige location hier wo war denn da jetzt noch blut ich hatte doch noch was gesehen da aber da muss ich erst rein das geht ja wunderbar aber er ist wieder leer und ich habe mich wieder verlaufen muss denn hier sondern brennt sein das hat doch mit kunst nichts zu tun glaube ich so 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 Exhibition. Was mit dem Ding? Das kann ich... Ah, da haben wir doch einen Knochen. Oh. Ich schmeiß den immer... Kann ich den nicht einpacken? Geht das nicht? Ich sammle. Doch, so geht das. Das sind weite Wege. So, warte. Ja, und den hat Neuer. Na, also. Du stehst gut, ne? Das ist der, der... Dem so ein paar Teile fehlen, irgendwie. Würde ich sagen. Kann ich da denn noch... Warte ich denn jetzt dieses... Da. Ich nehme das mal mit... ...zu ihm. Nee, der nicht. Wo waren wir jetzt da? Da müssten wir alles machen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich den... Doch, ich weiß noch. I should clean it first. Ja. Ist er da auch? Ich weiß halt nicht. Ah, das passt doch. Something is blocking the way. Ja, ich bin das. Okay. Ja, ich bin das. Okay. Ups. Okay, das können wir mal einsammeln hier. Können wir irgendwo hier hin? Keine Ahnung. Ey, so ziemlich werfen. Einfach mal hinstellen, reicht. Okay, da müssen wir nochmal ran. Das ist jetzt fertig. Eigentlich würde ich sagen, ja, aber nur sonst. Er ist noch nicht sauber. Ah, endlich. Okay. So, hier war doch auch noch ein Problem, ja. Allerdings. Achso. Schnapp ihn dir. So. Der ist sauber. Der ist leer. Sammeln. Äh, sammeln. Da sieht alles okay aus. Mit den Bildern. Da sind alle Bilder. Da fehlt noch eins. Kann das das sein? Unsichtig nicht. Und dann weiß ich noch nicht, wo es hingehört. Ähm, okay. Ähm, okay. so wie in der nähe kein wasser hier gibt es auch noch einiges zu tun das müssen wir von der anderen seite öffnen hallo wieso sehe ich denn nirgendwo was so ok ich habe da jetzt einige stellen gesehen nur noch ich glaube davon sprechen also so so das ist ja nicht nur so dass die location groß ist da ist einfach großes blut ja wasser wasser das ist schon wieder schon wieder orientierung verloren da wo wo kam ich denn jetzt her das ist ja das war ich habe auch nie apropos warte wir nehmen mal kann ich das hier das ist ja jetzt weiß ich nicht mehr über den doch der war doch hier der dino oder da drüben genau das ist ja das ist ja auch mal hier hin oh schwört er sich direkt oh ein messer das ist ja auch das ist ja auch das ist ja nicht ich denn das ist ja nicht nur die ganze Wo ich gerade den Eimer sah, ich bin irgendwie nur noch im Kärchern, aber es ist aber auch gerade sehr praktisch. Deshalb bleibe ich da erstmal bei. Ich bin allerdings sehr unorganisiert, was die richtige Reihenfolge des, was ich hier tue, betrifft. Aber das ist ja auch egal. Hauptsache am Ende ist alles sauber. Das ist ja auch egal. so das könnte aber auch alles kunst sein also kann man lassen und sagen blut vom künstler mit dabei ich meine hat ja auch nicht jeder das eine menge müll aber ich hatte hier noch fußspuren die würde ich gerne vorher noch beseitigen so das sieht chaos ja kommen wir doch nicht so ich lieben wollte es denn noch sein warum nicht ja das ding eh schon leer hier ist kein wasseranschluss schade ich finde ich ja noch irgendwo einen anderen wasseranschluss sollte hier nicht wasser sein kann man die gerade stellen ne mit denen kann ich gar nichts machen ok hier gibt es kein wasser dann vielleicht niemand na also ist hier drin noch irgendwas was von wichtigkeit wäre glaube nicht alles ok wo wir schon mal da sind ich nehme mich gleich direkt noch mal auftanken rota nicht darunter kann ich wohl das sind aber sicherheitstechnisch auch schwierig mit den türen hier ne wenn man von der anderen seite kommt nicht mal von dieser seite hier ist ja schwer aber er sagt nein guter sagt nein sagt doch nichts mehr lass uns mal eben die wieder einpacken so so du kommst mal mit du neinsager das war echt noch das ist noch ein krasser drop der wird noch einiges dauern so die hälfte der leichen haben wir schon mal eingesackt immerhin ja so schläge ich gehe ich mit meinem arbeitsmitglied um das sieht erstmal ok aus da dass das hinten hier rum liegt ist ja auch nicht richtig oder vermutlich nicht wo war ich denn jetzt jo machen wir hier weiter scheiß egal wo ich vorher war ich dachte uns geht jetzt die Neufritäte hier zu Bruch weiß ich nämlich nicht ob ich mir Schadenersatz da leisten kann weiß ich nämlich nicht ob ich mir Schadenersatz da leisten kann ja stellst du es hin ja stellst du es hin ja stellst du es hin so aber die gehört auch nicht ähm wo gehört sie hin jetzt wird sich auch die Bank da jetzt wird sich auch die Bank da ach schon wieder leer ja und wenn ich den jetzt wieder auffülle dann mache ich danach natürlich wieder an der anderen Stelle weiter weil ich nicht mehr hier hin zurück finde so ist das halt Moment mal ist das hier die andere Seite und da würde ich jetzt auch gern ah sehr gut soo bin ich auf der anderen Seite von diesem Labyrinth Dings grad irgendwie ja ne keine Ahnung wo ich zuletzt dran war aber da liegt noch jemand ich glaube ich könnte erst den Müll einsammeln das ist ja schlimm hier soo schoß den Einmal mal dahin äh nicht den Einmal ach soo der wurde auch gut getroffen hier das traf sich gut ähm voll die Müllabteilung hier ja nein warte du musst da näher ran so genau haben wir hier noch was drüben hallo das ist teilweise echt schwer zu erkennen wo jetzt hier noch Müll ist da gut weil ein gekreist ist auch das ist ne Menge und der ist voll und der ist voll ähm ok war das auch das sieht ganz gut aus was ist denn hier mit ähm ok die ist doch blutig hab ich den wieder irgendwo hingeschmissen ja natürlich was auch sonst warte ich wollte erst die Vase hier jetzt mal klar machen ob ob die dabei zum ruh geht ok 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 dann nehmen wir doch nochmal ein ähh äh okay das ist mülltechnisch dann wahrscheinlich wieder in ordnung ist eigentlich hier kann man da natürlich kann man auch hier ein versteck irgendwo das ist die stelle wo man runterfällt na ja viel glück beim nächsten mal okay offensichtlich so das sieht doch hier ganz gut aus jetzt mehr ist hier nicht aber das ist ein saustag hier das hier ich glaube ich habe die düse gewechselt ich habe gerade die düse gewechselt ich habe gerade die düse gewechselt okay ist leer dann können wir mal uns diesen bereich die auf dem fuß getreten war nicht meine absicht da ist ja noch einer der da festgetackert ist ach so die haben sich gegenseitig ja ja kann man sagen unentschieden passt schon und das ist ein knochen wo war jetzt ein bisschen leise ja wenn du tot bist bin nämlich auch so so oder hinten müssen wir hin so war jetzt die andere leiche super schnell gefunden das ist ungewöhnlich man sagt ja ging ja auch nur geradeaus mehr oder weniger aber hallo bei meinem orientierungssinn ist geradeaus schon echt eine aufgabe der letzte samurai war ich brauchte das ist noch ein bisschen böse ich das war ich aber nicht möchte ich mal betonen wo hatte ich denn jetzt den anderen müll hoffe ich finde den noch mal wieder ich würde gerne also zumindest den großen sack schon mal weg bringen wo ist wo ist wo ist der container dringend so das ist eigentlich hiermit könnte ich hier ich würde das halt mal interessieren ob ich da irgendwie den kann man so mit der zeit zusammensetzen könnte oben ein arm sein oder bist du dinosaurier am restaurieren jedes jahr unfassbar kann man vorsehen tschuldigung das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus hier das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus hier okay da müssten wir noch irgendwie so ein ober schenkel aber werden wir sicher finden vielleicht habe ich ihn auch schon gefunden am eingang war doch dieser da was da dran muss man den nennt es schwanz oder schweif oder tail den hatte ich hier hingeschmissen genau die gehört doch an denen oder gibt es da noch andere kann ich jetzt hier mal rüber machen die gehört doch an denen oder gibt es da noch andere kann ich jetzt hier mal rüber machen ach so da ist moment komm ich da nicht an ist das zu hoch kann natürlich sein warte mal na da fehlt noch ein zwischenstück das ist das problem ok kannst du leiter wieder einpacken was ist mit meinem den habe ich leer gemacht oder ja und wo war wasser die ewige frage nein nein ich habe es hat nur kunst an allusion of choice nur ja gut sind ich hier dran oder gibt es noch einen anderen saurier der irgendwie noch nicht komplett ist so ich suche immer noch wasser so einfach ist das ok den kann ich ja wohl als wäre nichts gewesen so sehe ich hier noch ein bisschen blut oder so hier sehe ich ein ganz kleines bisschen blut ok hier weiter zu machen macht sich gerade ganz gut weil die wasserquelle ganz in der vor dem spiel eigentlich man soll gar nicht glauben wie viel man hier noch einmal übersieht das römmel gleich mal nehme ich genau jetzt ähm, nein ich wollte kein Mittel kein Putzmittel so, ähm pack mal ein so, achso, das war das letzte an Müll hier sehr gut zack ich habe doch nicht gedacht, dass der auf die Entfernung das jetzt hier kaputt macht, oh je, oh je das, ähm, tut mir ein bisschen leid vielleicht kann ich danach ein paar andere Sachen draufstellen, damit das nicht so aufhält ein paar Bierflaschen oder so ich wüsste auch nicht, warum Bierflaschen keine Kunst sein sollten, wenn sowas hier Kunst ist ne, muss man sich mal überlegen ähm, okay, damit ist das gut, klar gut, klar gut, klar gut, klar gut, klar